Komm schon gegen die Gunstuff! Oh, ja, das ist doch mal... Was hab ich für Waffen gerade? Vielleicht wie ich oder nicht? Oh, Raketenwerfer mit, äh, Shotgun! Nein! Oh, fuck! Nee! Hehehe! Ha-ha-ha! Okay, die Shotgun kann es auch... Ich hab eine komplett vergessen, Alter! Hehehe! Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Er hat auch gelacht! Ha-ha-ha-ha! Er hab mich gekillt! Er so... Ha-ha-ha-ha! Du! Aber meiner hab ich nicht mehr stärker! Ich glaub, er wollte mich beleidigen! Gut, das war genug Vorgelplänkel! Jetzt wird das Ei... Nein, tun wir nicht! Ich bin toll! Ich will niemals sterben, ich bin nur sterblich! Hast du wieder God Mode an? Du sollst nicht hecken, oder? Ich bin irgendwann auffallend. Sorry. Oh, Baby! Baby ist ein Triple! Baby ist ein Triple! Baby ist ein Triple! Ein Triple, Mom! Ich kann drei People! Ein Mom und Dad und Vicky kommen und wir rennen da rum! Augen zweit! Alter, der hat schon das im Gegner. Oh, ne Augen! Mein Augen! Nix mehr von den, Junge! Nix mehr Augen haben! Was für Augen? Was für Augen? Ich nix mehr haben, Junge! Ich springe! Ich springe! Ich springe! Kommen du mal in meine Richtung, Junge! Müssen wir rein hier! Und Sachen looten! Oh, so geil! Oh ja! Schleck, oh ja! Wo ist der Feind? Der Feind! Der Feinde! Will das jemand a down? Will das jemand a down? Und, schaffen wir nicht, oder? Ausrüstungslieferung ist unterwegs! Äh... Nein! Du wolltest da oben gar nicht drauf, oder? Ne... ich wollte auf das Vorordin invite Weil ich sag das... Wir verlassen den Porsche und gehen in den Ferrari rein. Mein Sprung! Wow! Ich würde dir dafür fünf Punkte geben, weil die Landung nicht so gut war. Das ist mir egal. Nein, das ist nicht im Holz gleich. Nein, das ist nicht. Oh, da liegen ein paar Items. Oh, shit, man! Ich glaube, der Feinde ist da, ich bin mir nicht sicher. Der Feinde, der Feinde wollen uns töten und uns alle auf Schmerzen. Links ist die Saune, rühren Sie nicht mal ran da hin. Ich weiß, aber ich fahre um den Weg. Merke ich. Aua! Oh, shit, man. Ich glaube, der Feind ist da. Aber das Auto ist fast short, ne? Ich meine, wir qualmen schon ein bisschen schwarz. Äh, lass mich noch kurz gucken, ob ihr... Hier geht der mit der Steuer. Porsche? Fahrer riecht Porsche? Ja, ist das so gut. Aussteigen. Und weiterfahren. Fahren Sie los, Mister? Oh no, da rein. Alter, komm mal, den geilen Stoff an, der da rechts rum fliegt. Geil. OH GOTT, FAHR! HILFE! Du musst abhauen! Sicherheitszone verlängd. Ich bin weg, ihr B****s! Oh Gott, bist du! Toll. Ja, okay, wo. Ja, äh, alles klar. Gar kein Problem. Alter, der Ferrari Porsche ist gut. Ich bin weg, ihr B****s! Okay, dann muss ich erst mal ein paar Platten wieder in meine Hose schieben. Ja, lol. Raffaier hat's nur für den Mann. Maybe, äh... Hier. Hier. Oh, du weißt, 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 du weißt! Rein, rein, rein! Komm rein hier, los! Ah, du weißt, du weißt, du weißt, du weißt. Ich bin oben. Da war er gerade hier. Er ist immer noch hier! Ja, ich hab ihn. Da ist noch einer! Ja, gut. Ahaha, Deutsche! Ja, du hast gesagt, ich hab nichts gehört. Ja, was sollen wir da machen, hat er gesagt. Ich brauch Platten. Ich brauch Platten. Wir sind in der Sicherheit. Oh, da kommt ein Auto. Oh, da kommt ein Auto. Oh, da kommt ein Auto. Okay, schnell Platten holen. Und selbst die Überlebung? Ah! Ah! Was war das denn? Markiere einen, ein... Was, von wo? Ah! Junge, was soll das denn? Oh, du bist im KULAG. Gönn dir. Warst du schon drin noch? Ich glaub schon, ja. Hm? Du lebst ja noch. Ne, ich leb noch. Junge, ich wollte gerade die Platten holen, war überfordert. Wollte ich wieder rausgehen? Konnte ich mich? Oh, nee. Oh, nee. Revolver und... Aber Poki-Spieler bestimmt. Was sag ich? Junge, er rennt los? Ach so. Wir haben nur noch dich. Erledige das. Feindliche Drohne über uns. Verbündete Ausrüstungslieferung und... Oh, ich hab Geld. Oh, nein! Oh! Fuck, ey. Schade. Ich dachte, ich könnte dich schnell holen und wegrennen. Aber die waren da ja noch. Es tut mir leid. Was kannst du eigentlich nicht? Ja, das ist okay. Ich weine ja auch. Du bist so boosted, Alter. Glaub man gar nicht. Ja, ich weiß. Es tut mir leid, dass ich boosted bin. Ich mach mal den boost aus. Ja, okay. Soll ich jetzt lachen oder später? Also, laut unserem Vertrag musst du jetzt lachen. Und zwar richtig laut und so. Na, das geht wohl besser, ja. Also, ein bisschen mehr lachen geht ja wohl. Hallo? Der war gut. Das ist so traurig. Scheiße. Äh... Hier ist doch immer ne Kiste, Mann. Kannst du hier irgendwie hochgehen aufs Dach? Dann müsste dann ne Kiste sein. NEEIN! NEEIN! Da war ne Scheiße drin. Oh, da ist ne Kiste. Geil. Auf geht's, mein Kamerad! Kommt der Schuss grad her. Geh da oben. Wolltest du nicht. Auf jeden Fall, ich... Bin getroffen! Okay, ich werde... Ich wurde gerade getroffen von hinten. Kannst du nicht mehr ausweichen? Dann fahr du nicht grad aus die ganze Zeit. Muss mal ein Plättchen wieder reinschieben, ne? Mal kurz. Ja, jetzt ist es zu spät. Irgendwann hör auf, jetzt zu twinkern. Zum Banner. Bring jetzt auch nichts mehr. Ist ja eh schon weit weg. Du kannst mit den Autos auf Sperg steigen. Das ist echt krass. Ich bin kein Auto. Ich bin ein Zug. Tschucka, 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 Tschucka! Ich glaub nicht, dass das ne Eisenbahn kann. Doch, 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 doch. Also ein Zug mein ich. Ja, okay. Erstmal die Schiene einfach so aus Prinzip wechseln. Oh, ein bisschen aus... Oh, am Rand gekommen. Oh, scheiße. Ja, passiert allen Zügen mal. Wollen wir hin? Da, wo der Vater wächst. Da sind Bäume. Boah. Bist du sicher, dass du dich hier langfahrten willst? Ah, Bruder! Ja, ich bin sicher. Was für ein Arschwub, Alter. Ja, gönn dir, ne? Liegt geil scheiße rum hier, Mann. Oh, Sniper. Was ist das hier denn? Was ist das hier denn? Aber da, da haben die Maske liegt da noch. Hey, wollen wir los? Ja, warte. So, ich bin ready. Das war doch, äh, schön oder nicht? Ich bin sicher mit Leckung. Mal flitchen rein. Wie! Hast du den eigentlich überfahren? Ja, der Down war, den hab ich überfahren. Wieso? Warte. Okay, wir ist nix. Ich dachte wir wären noch ein geiler Loot. Warte, der zählt ja nicht als dein Kill. Ja, ist mir egal. Äh. Oh, man wird's gangen! Ha! Äh, warte. Hä? Was? Hä? Ich bin ja in den reingelaufen. Jetzt sind wir quit. Oh, das war nicht geplant, ey. Auf einmal kommen da Leute und ich wollte ja so rückwärts gehen. Oh, wir warten auf Gegner? LOL. Was ist, wenn jetzt in den nächsten 40 Sekunden keiner stirbt? Ja, da sind wir automatisch drin, ne? Ist echt so? Nein, keine Ahnung. Ist ja cool. Das sind gleich Profis, Alter, Junge. Die gleich reinkommen, das sind verdammte Profis, Mann. Das stimmt. Aber ich kann doch sein, dass ein Noob halt so weit kommt, ne? Ich meine, so wie wir. Ja, wir doch, ne, ja. Wir sind Legenden. Ja, stimmt. Deswegen komme ich um eine legendäre Waffe, ne? Ha! Ha! Ich brauch's trinken, Alter. Das war so schlecht. Ha! Darauf erst mal n'n Trinken, ey. Darauf erst mal n'n Whisky, ey. Wir haben schon lange nicht mehr miteinander getrunken, Alter. Dann müssen wir wieder saufen, ja. Alles jugendfrei hier. Ja! Ja! Wie, was? Ist das ernsthaft so jetzt so? Ja! Ähm. Das wollen wir dann gleich nicht hinlegen, gut. Das Gas breitet sich aus. Ich würd' mal sagen, easy, ne? Ja. Gar kein Problem. Ich fand den Kampf echt episch. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Vielen Dank.